Musik So, wir befragen heute das Schildkrötenorakel, damit wir wissen, wie Deutschland gegen Frankreich spielt. Wird euch sicherlich interessieren. So, hier ist Evi. Evi, die Schildkröte. So, die setzen wir jetzt gleich noch ein bisschen dichter ran. Und los geht's, mal gucken, wo sie zuerst hinläuft. Ob nach Deutschland, ja, gute Richtung. Weiter, Evi. Noch ein bisschen. Also, ich würde ja schon mal sagen, das ist doch wohl eindeutig. Eindeutig Deutschland. Sie lässt sich auch nicht von abbringen. Sie ändert ihre Meinung nicht. Sie geht auch nicht Richtung Frankreich. Nein, sie geht weiter Richtung Deutschland. So, auch zwei Minuten später hat sich Evi nicht umentschieden. Ist immer noch in der deutschen Abteilung. Also, das wird morgen was. Viel Spaß beim Spiel. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017